Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Voss, die verseuchten Lande, anzunehmen bei Katerine Prachtmer in Dvustvar, an dieser Position. Wie ihr seht, bin ich hier in einem Gewölbe. Die Quest ist die Folgequest von Renitente Wunnen und gehört zum Erfolg der Stolz von Kultivas. Ich zeige euch nun auf die Schnelle noch den Eingang zu diesem Gewölbe. Normalerweise ist man schon hier durch die Forquest, aber vielleicht musstet ihr schnell wegborten oder habt Disconnect und landet sonst wo. Es gibt ja die verschiedensten Fehler. Deshalb, falls es jemand nachschlagen mag, hier wird der Eingang. Das ist dieser abgestorbene Baum. Ich gebe auch noch mal die Map. So, ging ganz schnell. Nun nehme ich gleich die Quest an. Ich glaube sogar, das ist die letzte Quest, die ihr für diesen Erfolg benötigt. Danach gibt es noch eine Folgequest, die hat aber, soweit ich weiß, nichts mehr mit dem Erfolg zu tun. Da muss man nur nach bzw. in die mythische Instanz Belagerung von Bovalus und den Erfolg bekommt man schon durch diese Quest. Nehme also diese Quest an. Nun darf ich hier dieses Portal zu den Verseuchten Landen mit der rechten Maustaste anklicken. Kurzer Ladebildschirm. Und jetzt bin ich in einem Szenario mit fünf Fasern. Wie ihr seht, Karte ist von Trostfarb. Nur was heißt Trost, die Verseuchten Landen. Nun darf man Jaina folgen. Phase 2 folgt Jaina. Wow. Sehr abwechslungsreich. Aber okay, ich spiele mit. Folge erstmal diesem Weg hier. Ok. Nun darf ich gegen diesen Diener von Trost kämpfen. Ist glaube ich nicht so stark. Mein aktuelles Item Level ist 346. Und weiter geht's. Hier ist die Position von Jaina. Sie braucht die Map, falls sie was benötigt. Nun läuft sie wieder weg. Mal schauen, wie es weitergeht. Phase 3. Abbilder von Jaina gefunden. Ok. Ich mache zuerst die hier unten. Bitte aber zuerst die Gegner. Ich empfehle euch auch erst diese zu machen. Weil in der Nähe von den anderen zwei Positionen geht's dann mit der Quest weiter. Und ja, wäre ja doof, wenn ihr von unten wieder zurück nach oben laufen müsst, wenn ihr schon die oben Jainas gefunden habt. Oder es könnte sein, dass es da weiter geht, wo man einfach die letzte Jaina findet. Also im Prinzip wäre die Reihenfolge auch egal. Könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Wie ihr seht, darf man hier kämpfen und kämpfen und kämpfen. Ich habe keine Zeit für Plauschereien. Hier, wie ist die? Ja. Katharine, los, laber. Aber selbst die Stärksten unter uns können nicht alle rechnen. Nun, da durfte man die benutzen. Also mit der rechten Maustaste anklicken. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob es erst dann hochgezählt worden ist. Aber wie gesagt, die kleine Jaina kann man mit der rechten Maustaste aktivieren, sozusagen. Kann ich da ausweichen. Hat er folgt. Aber ich ignoriere den mal. Bicke ich ihn nach rechts ab. Und hier ist auch schon die nächste Jaina. Und schauen, ob die Mobs mir so weit nachgelaufen kommen. Sieht fast so aus. Ich hätte sie alle vernichten können. Silvanas, vor allem. Was wäre unsere Welt ein schöner Ort? Oh, verdorbener Horde. Oh, ich ziehe den Mob ein bisschen weg. Nicht, dass er die Jaina überdeckt. So, wo ist sie? Da ist sie. Noch ist es eins von drei. Und ich kann sie nicht aktivieren. Nun wurde dieser König feindlich. Darf man auch töten? Eins von drei. Und jetzt kann ich sie anklicken. Also mit der rechten Maustaste. Und erst dann zählt es auch. Nun geht es zur letzten Position. Versuche den Mobs auszuweichern. Ach, sieht doch ganz gut aus. Hier ist es auch schon. Hier war auch die Map. Nun darf man kämpfen. Nun glaube ich, folgt gleich ein Video, sobald man die Jaina angeklickt hat. Falls ihr das bei euch selbst sehen wollt, solltet ihr jetzt vorspulen. Nein, noch nicht. Findet ihr euch die Jaina? Ah, dann gibt es erst das Video, glaube ich. Du hast diesen Monstern mehr vertraut als deinem eigenen Fleisch und Blut. Er werde verschlungen. Sieh dir dann die Haube ab. Aha, abgemountet, okay. Wie es aussieht, kämpft die Katharine da mit, irgendwie. Weiter geht's. So, hier war auch die Map. Wie ist der Lohn für deinen Verrat? Vater, bitte. Sie haben deinen Vater ermordet, deinen König verraten, und du hast nichts getan. Überlässt du all deine Verbündeten der Horde? Genug. Zeigt uns eure wahre Gestalt, Monster. Dreiste Narren. Sie ist bereits gebrochen. Und für euch, ihr kommt als nächstes dran. So. Ihr seid so spät. Jaina, bist du es wirklich? Ah, jetzt gibt's das Video. Wie gesagt, Vorspulen, falls es euch nicht interessiert oder selbst bei euch sehen wollt. Ich habe alles falsch gemacht. Wir kommen zu spät. Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Er wäre noch er selbst. Er wäre noch am Leben. Du bist stets naiv gewesen, meine Tochter. Daniel. Ich lasse das nicht zu, Vater. Du verstehst das nicht. Ich verstehe mehr als du erahnst, Liebes. Ich war nicht stark genug. Mit der Zeit wirst du das auch. Ergreift sie alle. Ich hätte ihn überzeugen müssen. Vater, nein! Vergebt mir. Du wolltest ihn retten. Vorsicht. Ich würde mich mal anstrengen. Stark vergeben. Glaubst du wirklich? Du kannst dich so leicht von deiner Schuld reinwaschen? Nein! 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 Vater, warum hast du nicht auf mich gehört? Catherine, wir haben Gesetze. Die Strafe für Verraten ist der Tod. Akzeptiert ihr das Urteil eures Landes? Ich akzeptiere dein Urteil, Mutter. Meine Tochter. Vergib mir. Vergib deinem Vater. Und vergib dir selbst. Vergib dir selbst. 士. Nochmal ein Gegner. Der hört ein bisschen was aus, macht aber nicht sonderlich viel Schaden. Wow, jetzt labbe ich noch groß und bleibe in den ganzen IA-Effekten stehen. Sollte es aber noch schaffen. Also ihr habt es gesehen, IA-Effekte ausweichen, sonst gibt es ein bisschen Schaden. Und jetzt hat sie sich geblinzelt, oder? Wie faul ist die denn? Fast fauler war es sich. Ich werde diesen Ort mit Freuden. Nein, nein, nein. Nun darf man Jenna ansprechen und ich bin bereit zum Aufbruch anklicken. So, Quest ist dann abzugeben bei Katharine Prachtmer in Boralus. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao. Aschela ist zurück, um sich meine Stadt zu holen. Es scheint, als benötige ich noch einmal eure Hilfe.